Die Riesen haben den Wald umzwingend. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wer ist da? Vor dir steht Klaei auf geheimer Mission aus dem Reich der Sonne. Ich bin Bruro, ein geheimer Mission aus dem Reich des Mondes. Ich bin ein Wolf. Ein Wolf! Der Wald ist in Gefahr. Wir brauchen die Perlims. Wir? Es gibt kein Wir. Die Mondkönigin hat mir gesagt, dass die Perlims in der Lage sind, eine übermächtige Energie zu erzeugen, wenn sie zusammen sind. Und nur ihre Energie kann die Riesen aufhalten. Nur die Perlims können den Wald noch retten. Komm schon! Die Perlims sind in Gefahr. Im Reich der Sonne bekommen wir alles, was wir wollen. Keiner trägt ein Bären aus dem Reich des Mondes aus. Du musst uns jetzt sofort sagen, wo die Perlims sind. Okay! Die Heilige Frucht. Beide! Der Wald ist in Gefahr. Der Wald ist in Gefahr. Der Pfeil ist in Gefahr. Das ist in Gefahr. Der Dienste. Der Dienste. Und wer seid ihr? Weeeeeee! Seid ihr beiden Freunde? Bis zum nächsten Mal.